Einen schönen guten Morgen an euch alle da draußen. Ja, der oder die ein oder andere wird mich noch kennen. Ich bin der TK und habe vor einiger Zeit ja fast oder eigentlich wöchentlich Videos hochgeladen, wo es um Düfte geht. Und nach einigen Monaten der Abstinenz habe ich mich dazu entschlossen, das vielleicht wieder aufleben zu lassen. Einer der Gründe ist unter anderem, dass ich mindestens zwei Düfte mir besorgt habe, die ich schon länger auf meiner Wunsch- bzw. Merkliste hatte, die ich gerne mit euch teilen möchte. In den letzten Wochen, ja man muss schon sagen, Monaten sind einige Düfte eingezogen, andere Düfte sind ausgezogen. Und ich habe einige Düfte, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und wie ihr ja wisst, beziehe ich euch gern in meine Videos mit ein. Und darum möchte ich euch fragen, wann sollte ich eurer Meinung nach ein neues Video online stellen? Wann würdest du es gerne sehen? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und ich werde versuchen, dies einzurichten und mich natürlich nach euren Wünschen, ja, richten. Also, schreibt vielleicht in die Kommentare, an welchem Tag ihr ein neues Video sehen möchtet. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen sehr entspannten Sonntag. Und bis zum nächsten Mal, euer TK. Und bis zum nächsten Mal, euer TK. Und bis zum nächsten Mal, euer TK.